Nachhaltigkeit ist für mich langfristiges Denken, das heisst für mich aber auch einen klaren Fokus zu setzen. Zum Teil kommt irgendwie das Gefühl auf, dass man die Welt verbessern muss und dass es unmöglich ist. Aber gleichzeitig glaube ich wirklich fest daran, dass man einfach Details anschauen muss, dass man sich stetig verbessern muss. Und ich glaube wirklich auch, dass man manchmal auch wirtschaftlich zurückstecken können, damit man langfristig mit Nachhaltigkeit erfolgt hat.